hallo liebe motorsportmagazin.com freunde und formel 1 fans die saison 2022 sie steht ja fast schon wieder unmittelbar vor der tür in circa vier wochen beginnen schon die testfahrten in barcelona und noch immer haben wir kein sportliches reglement respektive wenn man es ganz genau nimmt gibt schon ein sportliches reglement für 2022 das allerdings datiert auf den 30 4 2021 die version 3 jetzt sagen einige von euch naja ein ein jahr altes sportliches reglement zum saison start ist ja wunderbar hat man früh klarheit ja auf der einen seite schon auf der anderen seite hat sich eben seit diesem 30 vierten eine menge getan man hat eine menge besprochen die man noch ändern will und von denen man auch ausgegangen ist von diesen dingen dass sie sich ändern werden unter anderem zum beispiel sprint rennen wir haben ja die ganze zeit jetzt von sechs sprint rennen 2022 gesprochen das alles ist aber noch nicht in form gegossen und das wird ziemlich heikel der wmsc also der motorsport weltrad der hat zuletzt im dezember getagt und da wurden viele sachen verabschiedet aber eben noch nicht version 4 dieses sportlichen regiments warum dauert das so lange und warum könnte das noch zum problem werden michael masi ist nicht nur rennleiter der fia für die formel 1 er hat auch noch verschiedene andere funktionen unter anderem ist ja auch noch safety delegate also der sicherheitsbeauftragte er nimmt auch noch alle rennstrecken ab und schaut ob die sicher sind da war er ja in diesem mammut kalender in der vergangenen saison zwischen den rennen auch noch dann in katar dann noch in saudi arabien und hat sich dann immer vom baufortschritt überzeugt und so weiter also richtig richtig viel zu tun und nebenbei ist er auch noch bei der fia der monoposto sportchef also muss sich auch noch um das sportliche regiment kümmern jetzt war 2021 eine ziemlich intensive saison zwischen mercedes und red bull ist es richtig hoch heiß hergegangen michael masi musste als rennleiter ziemlich viel arbeit leisten und zu einem überfluss hat er auch noch einen engen vertrauten verloren race control manager colin haywood ein wirklich urgestein bei der fia 17 jahre lang war er dort 30 jahre insgesamt bei der formel 1 ist quasi in rente gegangen und michael masi hatte somit noch ein bisschen mehr workload zu bewältigen und dabei ist eben dann auch einiges auf der strecke geblieben unter anderem auch das sportliche regiment liegt nicht nur daran aber das war mit ein grund wieso das ganze jetzt so lang gedauert hat jetzt haben wir viel über michael masi gesprochen in einer funktion die viele von euch vielleicht noch gar nicht richtig kannten bei ihm er ist natürlich bekannt als rennleiter der formel 1 und da stand er auch extrem in der kritik in saudi arabien hat das ganze ja extrem angefangen mit der mit dem geschachere um die startpositionen da haben wir alles glaube ich relativ ausführlich erklärt damals das ging alles mit rechten dingen zu und das hat er sehr gut gelöst über abu dhabi hingegen da konnte man durchaus darüber diskutieren und seitdem steht er vermehrt in der kritik einige teams die sind dafür dass michael masi den posten des rennleiters nicht mehr ausführen wird wie steht es also jetzt um michael masi ich glaube von den fans gibt es ja auch nicht wenige die den rücktritt des australias als rennleiter fordern bei der fia sind die pläne schon mit michael masi weiterzumachen man weiß was man an ihm hat heißt jetzt nicht dass da alles gut gelaufen ist in abu dhabi aber michael masi ist jemand dem kann man vertrauen der hat das jetzt auch eine zeit lang gemacht und es ist eben auch ein sehr sehr schwieriger job den er macht und die fußstopfen die charlie whiting hinterlassen hat die sind eben nun mal so gigantisch groß die kann man nicht so einfach ausfüllen einen herauswurf soll es also unseren informationen nach nicht geben die fia hat aber schon diverse dinge in die wege geleitet eine ganz wichtige sache die gemacht wurde das geht noch auf altpräsident schontott zurück ist peter bayer zum single seater director zu machen das heißt er ist eine übergeordnete position über dem rennleiter und über dem technischen chef der formel 1 also nicolas tombatzis das hat ja für viel verwirrung gesorgt in diesem organigramm als michael masi nicht mehr aufgetaucht ist das ist nur der fall weil peter bayer der generalsekretär der fia jetzt eben single seater director ist und somit in einer übergeordneten position für beide zuständig ist heißt wenn teamchefs irgendwas bereden wollen dann machen die das jetzt mit peter bayer wenn sporting directors der teams was zu besprechen haben dann machen wir das aktuell noch mit michael masi das könnte sich ändern dazu gleich noch ein bisschen mehr und wenn technische direktoren irgendwas zu besprechen haben dann machen sie das mit nicolas tombatzis es gab ein statement der fia in dem auch noch stand was single seater director peter bayer noch genau machen sollen und da heißt es ganz klar er soll sich die strukturen der fia bei der formel 1 genauer anschauen und das ganze optimieren wie könnte das also in der zukunft aussehen unseren informationen zufolge überprüft man bei der fia so genannte virtual garages einzuführen das haben die formel 1 teams schon seit ewigkeiten das heißt es sind nicht nur die ingenieure an der boxmauer oder in der garage die diese daten haben nein die daten der formel 1 teams die gehen ja in echtzeit an die fabriken dort sitzt eine ein ganzes herrscher an ingenieuren und schaut sich da an was los ist und gibt dann rat auch in echtzeit zurück und ähnlich könnte es auch bei der fia laufen aktuell ist es ja so man ist wirklich physisch in der race control drinnen an der rennstrecke da ist natürlich nur begrenzt platz und da kostet natürlich auch viel geld die leute immerhin zu schicken und so weiter man überlegt jetzt das ganze in genf oder in paris auch noch zu machen daten in echtzeit dürften kein problem sein das hat man beim stewarding auch schon ausprobiert und da einfach noch verstärkung für die rennleitung hinzuzuholen klingt erstmal ganz sinnvoll könnte auch noch bei einem anderen problem helfen denn die funksprüche die wir da in abu dhabi gehört haben naja die haben natürlich dem rennleiter nicht unbedingt positiv zugetan in seiner entscheidungsfreudigkeit der lobbyismus der muss aufhören das ist auch ein ganz klares ziel das man jetzt beim automobil welt verband hat früher war es ja so dass herbie flash die funksprüche bekommen hat und dann selektiert hat was relevant ist für charlie whiting zu einem ähnlichen system können wir zurückkommen auch wenn herbie flash natürlich schon längst in rente ist dazu gibt es auch noch die überlegung das arbeitspensum generell ein bisschen runterzuschrauben ich habe schon gesagt was michael masi alles machen muss zusätzlich zum rennleiter da sein dazu 2022 23 grand prix so viele wie noch nie zuvor und das ist einfach zu viel für eine person und deswegen gibt es da überlegungen noch eine zweite oder eine dritte person hinzuzunehmen in diese rennleitung auch in die position des rennleiters wie genau das dann konkret aussieht ob der dann remote zu hause in genf oder in paris also quasi das pendant zum kölner keller sitzt oder ob der mit dabei sein wird ob die rotieren werden das wird alles noch diskutiert aber es ist auf jeden fall eine möglichkeit da noch eine zweite und dritte person zum rennleiter hinzuzufügen wer könnte das sein denn so einen rennleiter den findet man ja nicht irgendwo auf der straße es gibt da auch schon namen die kursieren eduardo freitas kennen vielleicht einige von euch aktuell rennleiter in der langstrecken weltmeisterschaft scott elkins rennleiter in der fia formel e und auch in der dtm jetzt neuerdings und ganz wichtig noch nils wittig der war rennleiter in der dtm ist aber jetzt bei der fia der könnte da auch dafür in frage kommen steve nielsen der ist sporting director bei der formel 1 also bei liberty media beim kommerziellen rechteinhaber der stand auch mal so im raum als könnte der die position ausfüllen aber vorsicht sporting director bei der formel 1 kommerzielle rechteinhaber auf der anderen seite fia sportbehörde das könnte ein bisschen kompliziert werden man macht sich angreifbar wenn man da jemanden nimmt möglicherweise dann zu sagen okay der hat das gemacht weil er diesen hintergrund hat des kommerziellen rechteinhabers und der ist jetzt nicht vom sport getrieben sondern hat diese entscheidung möglicherweise aus kommerziellen interessen getroffen deswegen diese personalie unserer information nach vom tisch gleiches gilt übrigens für martin budkowski der war ja mal bei der fia ist dann zu alpin gegangen respektive reno jetzt ist er bei reno alpin wieder raus er kommt aber offenbar nicht zur fia zurück wie geht es jetzt weiter es ist die erste richtig große bewährungsprobe für unseren neuen vier präsidenten mohammed ben sullaim es ist ganz klar er darf sich da nicht unterbuttern lassen von den teams er muss stärke zeigen aber gleichzeitig natürlich irgendwie die ganze situation deeskalieren lassen weil mercedes ist immer noch absolut sauer nachdem was in abu da wieder passiert ist louis hamilton hat sich immer noch nicht zu wort gemeldet auch wenn er nicht mit rücktritt droht das hat er ja nie gemacht muss man auch mal klarstellen trotzdem muss der vier präsident schauen dass er irgendwo die wogen glättet auf der anderen seite aber auch stärke zeigt und sich nicht auf der nase rumtanzen lässt also es ist das sehr sehr schwierig glaube ich den richtigen kompromiss zu finden an der stelle wichtig ist aber es muss jetzt alles relativ schnell gehen die testfahrten stehen ja schon vor der tür und bis zu den testfahrten sollte das ganze auch geklärt sein man muss sich ja erst mal einspielen und so weiter also das heißt die ganze organisation stichwort rennleitung die sollte schon bis zu den testfahrten am 23 februar in barcelona geregelt sein das sportliche reglement das ist natürlich noch mal eine andere geschichte wmsc würde am 18 märz noch mal tagen in bachren das ist der freitag des ersten goprie wochenendes wäre richtig richtig spät es gibt natürlich auch noch die möglichkeit wenn es eilig ist über fax abstimmung und so weiter jedenfalls hat man da nicht mehr endlos zeit das ganze jetzt zu machen wir wissen eben immer noch nicht wie viele sprintrennen es gibt wir wissen noch nicht genau wie lang so ein training session sein soll und so weiter da ist die uhr auch schon gewaltig am ticken also wir müssen uns beeilen bei den sprintrennen haben wir im letzten video schon gesagt warum das überhaupt so problematisch ist was die einen wollen was die anderen wollen wir hören jetzt die fia ist relativ wenig kompromissbereit man will den budget cap auf jeden fall nicht anheben man ist dazu bereit zu sagen okay wenn ihr einen schaden habt im sprintrennen dann können wir das kompensieren irgendwie dann dürfte vielleicht mehr ausgeben okay aber prinzipiell mit der budget obergrenze nach oben zu gehen das sieht man bei der fia nicht ein das will man auf jeden fall vermeiden und somit könnte es dann tatsächlich dazu kommen dass diese sechs angestammten sprintrennen nicht zustande kommen vielleicht gibt es wieder drei wie in der vergangenen saison oder am ende auch gar keine also die uhr tickt unermüdlich so natürlich auch in diesem video ich glaube das waren jetzt viele informationen für euch und wenn ihr nichts verpassen wollt in zukunft unbedingt natürlich noch den youtube kanal hier abonnieren die glocke aktivieren und wenn euch das video gefallen hat daumen da lassen